Jo, und da, ich finde das so geil, wie der einfach in der Luft steht, der Heli. Ja, der macht das ganz gut. Hört so bescheuert aus. Warum, dafür ist der Heli ja da, dass er in der Luft stehen kann. Ja, aber nicht so ruhig, der steht da, als dass er auf dem Betonflug steht. Ja, nicht einmal. Auf einem Unsichtbaren. Jetzt setzt du die Dinge und schaust, wie weit wir jetzt davon entfernt sind. Jetzt siehst du es ja gut. Ja, ja, okay. Ja, aber zieh langsam nach vorn. Hört noch mal so schnell. Ah, warte mal. Aha. Was denn? Das war ein Lieutenant von den Rebellen. Ach so. Wo sich der Feuer abpatscht hat. Aha. Äh, bruh, Santa Maria Farm. Nicht besonders. Eine Lama-Zucht. Da haben wir ja Wunder, wenn es jetzt irgendwas besonders gibt. Ja, da haben wir Waffenbüßen. Ja. Äh, zugehörbüßen. Ja, genau. Ja, da sind die Lama, schau. Geh jetzt weg. Alter. Was? Warum schierst du immer die armen Viecher? Die haben doch gar nichts da. Warum schierst du die Viecher nicht? Warum schierst du dann drauf? Was? Viel Spaß vor allem war. Ja, okay. Huhu. Oh, nett. Schon wieder. Huhu. Guti. Der könnte jetzt voriger werden. Oh, nicht einmal. Seien nur 15.000 Autos. Ich meine, es hat sich angestellt. Huhu, einschildern. Ja, leider. Ah, der geht eh fast gar nicht anders. Auf Gas? Ja, müssen wir machen. Ja, jetzt müssen wir ausrüsten. Auf Klangraum. Ich nehm den erschießen, gell? Und immer sein Auto wenn dann. Jo. Okay, wäre soweit. Dann kümmert mich unser Auto. Dann geht's los. Mittlerweile steigen die gar nicht mehr so ein, hä? Haben. Schau. Haha. Okay. Da drin ist auch noch vorgezeichnet. Ja, ich fahre schon alles aufgeregt. Das ist okay. Du musst noch sprechen können, wenn du deinen Boss siehst. Dann kannst du ihm sagen, dass er erledigt ist. Aber deine Beine und Arme sprechen dir doch ohne Stütz. Oh Gott nein! Ohne Schmerz! Geweicher, ehrlich. Ist das du nur am Kapitel so? Wir sollten sie nicht mehr laufen lassen. Verreichlicht hat. Wenn ich das den nervigsten Auftrag gleich am Anfang. Das ist der Standort eines Kartell-Senders. Die aktivieren für ihn. Oh, das ist recht gut, Karma. So, was haben wir denn? Das wollte ich schon immer. Ja, was wollte ich schon immer? Zeig es mir wenigstens so. Ah, Laser-Visier für Handfeuerwaffen. Das haben wir. Ah, okay, das Laser-Visier. Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Ah, das nächste wäre gleich da oben. Jo. 23, yay! 다 Lumetum! Gut durchkommen. Ja. Ya. Du hast recht, das fangen wir schon recht gut, du legst immer das Feuer auf dich und ich schleif halt von hinten ran. Ja, das geht nicht, Alter, da geht es dir auf Ab, eh. Oh. Du willst auch schauen, sind das drei Scheißhäuser in der Mitte der Gegend. Was kommt denn da? Da ist ja nicht um eine Straße. Eille. Ah, aber ein Kingslayer dabei gibt's. Hauptsache es gibt ein Kingslayer dabei. Die sind überall. Dann... Rennen? Ja. Ein Dokument. Ja, nehmen. Lese. Ein Bildchenweiß. Ein religiöses Bild von Nidia Flores, alias Le Reina de Beleza, wird von Santa Muerte anhängen und Pilger verwendet, um die Gnade der Knochenlady zu gewinnen. Aha, okay. Äh... Ich hab ehrlich so keinen Plan... Ob da überhaupt gesehen was... Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich lebe trotzdem ein bisschen in der Gegend aus. Ich lebe eine Mine für unsere Sicario-Folze. Ich lebe eine Mine für unsere Sicario-Folze. So, meine sind gelegt. Okay. Passt. Wie schaut's mal. Äh... Brrrr... Die bleibt doch mal beim Scheißhäuser. Was... Klar. Ich blöcke doch... Doe ich mir einiger Aufsluch? Wir sind nicht in der Aufsberge. Wir sind nicht immer ein Aufschluchte. Wir haben nicht in der Aufschluchte. Wir haben ein Aufschluchte. Man ist der Aufschluchte. Und der Aufschluchte. Ah, ich muss auch loben gehen. Oh, viel Spaß, ja. Oh, da hat er raufgesetzt. Jetzt kriegst du mehr. So. Ah, weiter, wie viel holt denn der aus? Der ist Sack da. Ich weiß nicht. Ich muss ihn wieder aufräumen. Alter, ich muss aufräumen. Hauleiten. Hauleiten. Ich brühe gleich. Achtung, neben dir. Genau, neben dir. Ah, nicht einmal. Hat er ausbrennt. Gott sei Dank. Ich hab mir gedacht, explodiert jetzt da genau niemand. Lassen wir uns. Alles für den Arsch. Wie ist es? Irgendwie kommt da nichts mehr. Es sind ja nur 15 Sekunden. Ich muss sich dann kein Winkamot werfen. Oh weh. Ziehen wir an der Hand. Alles klar. Ich hätte auch einen, aber bis ich den jetzt so umfaut hätte. Ja, ist klar. Da ist gleich der Winkamot. Okay. Botschaft ist raus. Das sollte... Aber die ganze Zeit abgehauen. Hauptsache in der letzten Senke senden sie ihre Nachricht. Wer soll denn das da unten hern? Ich finde ja cool. Es war mal was anderes. Ja, aber es war halt einfach so. Irgendwie ja wieder unlogisch. Weißt du, was du meinst? Ja. Ja. Irgendwie schon. Aber wenn es logisch wird, dann werden das jetzt da zwei Köche, die was da Linguina und Kuchen. Das war jetzt wieder... Gut, klar. Das war Gewalt. Das war Gewalt, oder? Nein, eigentlich nicht. Aber ich habe es ganz witzig gefunden, dass mir instinkt meine Rotor zerrissen hat. Ich hasse den Hubschrauber. Ich hasse den Hubschrauber. Ich hasse den Hubschrauber. Tango getroffen. Meiner ist noch da, der hat das nicht mehr mitgekriegt. So war das ja. So war das ja. Fand ich lustig, der Sniper steht da oben und hat auch nicht gecheckt. Abschuss bestätigt. Da 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 da. Da ist der Buss. Oh, das bist du. Jo, Fertigkeiten sind los. Da ist die Rübe. Und jetzt hören wir uns, was ist denn eigentlich Treibstoff, die ist mit Benzin, gell? Und jetzt ist es wenigstens, sind es 3,5 oder sind es nur 2,5? Äh, 2,5. Ja, 2,5, ja. Ja, wo geht's hin? Ich bin mal gespannt, wie das Ding da jetzt aussieht. Ich bin mal gespannt, wie das Ding da jetzt aussieht, Alter. Ah, nicht einmal. Hast du noch ein paar Daufe? Nein. Nö, gleich mal ein Sektor. Ja, aber drehe ich mal um, was sind da? Oh Gott. Was ist denn da? Das blinkt, du piebst. Juhu. Ja, und der Flugabwehr stehe. Eber. Schau, aber da wo man's abgeben muss, da ist gleich ein Zugelottis. Ja, passt eh ganz gut. Dann kommt unser absoluter Hasseinsatz. Was denn? Funkantenne? Ja. Cool. So, wo müssen wir da hin? Oh, 2 Meter weiter. Ja. Ja, klar. Schöner Tag, wenn man einen Hubschrauber geklaut hat. Naja, es regnet. Jo, hab ich nicht. Naja, war ja gesagt, ein schöner Tag, wenn man einen Hubschrauber geklaut hat. Das ist eigentlich immer schön. Ah ja, nicht los. Das Blitzen ist geil. Immer schöner Tag. Blitzen haben sie echt geholter. Diese war ja immer wieder perfekt. Die Waffenkisten. Eine Ausrüstung. Und zwar ein leichtes Maschinengewehrloch. Ja. Schauen wir mal. So müssen wir sehen wo aus. Und... Jetzt kommt unser Lebenserinsatz. Wo bist du denn? Ah, da hinten. Ich mein es jetzt Ablenkung. Oh Gott. Jetzt ist ein kleiner Flug hinterher. Uh, da wäre ein Klinker ja. Die jetzt oder was? Ah, die kennen wir uns. Ja, da müssen wir nochmal einigen. Na, na, ein bisschen weiter im Ort. Müssen wir eh nochmal... Aber Bierstoff ist riesig. Ja, wegen dem Bonus-Orden und alles. Müssen wir eh nochmal her. Okay. Na, möchtest einsteigen. Okay. Sitzen. Jupp. Wie der Regen so wegsplasht. Ah, das wirkt schon recht cool. Ja, aber das ist ja eigentlich recht gut, wenn wir mit dem Hidio-Flicksal. Jupp. Vielen Dank. Ja, ich glaube, ich bin ja sicher. Ich bin ja mit dem Hidio-Flicksal. Ich bin ja nicht. Ich weiß gar nicht. Ich glaube nicht. Äh, oder war mal im Dschungel oder so glaube ich. Ich bin ja... Oh, nein, das ist nicht gut. Du bist jetzt auf eine entsprechende Höhe bevor ihr schaltet? Jetzt gehts. Jetzt? Ja. Oh Gott. Ah, okay, Stellung. Der, der Schmuggel, der hat es echt übel, die haben immer überall Raketenstationen stehen. Da, 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 ahme quer über die Stadt, drüber. Gut, die gelben Punkte sind eigentlich auch nur vereinzelt in der Stadt, sind es nicht überall welche. Was? Gut, so rank. Keine Sorgen, bin noch durchfahrt. Super, jetzt kommt die Säkabieren. Dann gehts da hinten gleich weiter. So, wo bist du denn? Na, kippscht, ja geil. Da ist man richtig easy drübergekommen, weil sie ganz ehrlich sind. Pass auf, da steht jetzt gleich auf dem Flugzeug. Genau da. Die Flugzeuge, mit denen ich heute schon noch mal aufhöre. Die werden noch ausgerannt. Dann kommt's da, kriegt's eine Auflenkungsgranate. Schausfleck, gell? Wei, ich brauch eh nur das Flugzeug. Oh, sehr. La 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 la. Immer der GEMA ein Schnippchen schlagen. Äh. Tja. So, wo bist du denn? Ja, genau, in ein paar andere Gebiete. Ja, so wie man halt mit den Flugzeuge. Ja, das ist ein 5.000-Grupp-Gebiet. Im Film. Oh, okay. Ich kann Scheiß bauen, nicht mehr. Hm? Wenn möglich, kann Scheiß bauen. Ach, ich fliege nicht durch. Ja? Ich fliege auch nicht durch. Ja, ja. Scheiß, Berg. Das macht den Scheiß nur geringer, denn was du bauen könntest, aber das heißt ja nicht, dass du keinen brauchst. Oh. Warum ich so schnell wieder runtergegangen bin? Ich fliege vielleicht tot aus der Drecksraketen hinter mir. Ähm, Rakete am Flugzeug, du bist mir erforscht. So, schräg! twist! Mal los, melden wir den Rebellen, wo sie noch als spielzeug. Sooo, wo geht das nächste hier? Da längs. Danke Jungs, man sieht sich. Wie viel wie du liefest, die Erde ist und der Klaus ist ja nicht wieder. Wieso? Einfach nur weißes Kost. Oder wie siehst du das? Hallo? Ja, Entschuldigung. Ich habe mich waspeln müssen. Habe ich gelötet. Ja, dann hast du es wieder vergessen. Ja, ich bin gejagt. Ich weiß, dass wir gejagt sind. Oh. Habe ich übersenkt. Ja, da hinten. Fragezeichen, Fragezeichen. Wie hast du das jetzt überlebt? Du bist schnell rausgestiegen oder? Ja. Hi, Dirk. Achso, du bist ganz da. Ja, ich saß in einem Flugzeug. Ja, mein Pass. Ich bin halt Revitärkünstler. Soll ich sagen. Was bist du? Du lässt mich einfach in den Stich. Oh, ich lasse den im Stich? Du musst dich treffen lassen. Ja, was kann ich dafür? Wenn da zwei Raketen passen, wie du mich auf mich schießt. Du kannst die Tufel in das nächste Mal. Äh. So. Kann man machen. Wenn du. Ellerwimbo ankommen willst, dann werde ich aber nicht machen. Hör da. Ich warte. Auf Wasser. Ja, bis du einsteigst. Ja. Ja. So, jetzt wird's lustig. Ja. 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 Schiff. W-A-S-D. W-A-S-D zum Lenken. W-A-S-D zum Lenken. W-A-S-D zum runter. Ah, das ist nicht alles. Ja, gut. J-W-A-S-D. T-W-A-S-D markiert. W-A-S-D markiert. Trafst du dir nicht herfliegen oder was? Ja? Trafst du dir nicht herfliegen oder was? Ich glaube, ich muss ja nicht. Nein, ich nicht. Geh da locker. Oh, 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 oh. Ja, ja, ich habe kein Bier. Ihr seid nicht so begeistert, dass ich da habe. Die Uni hat da nicht. Ah, jetzt werden sie sich jetzt nicht aufregen. Ah, das ist interessant. Ihr seid da. Hätt ich das gesagt, oder würdest du das mir nicht mehr hinlassen? Schau dir das da bis abend aus. Alles geplant. Aha. Oh, die Hand klappt nur so. Man, ja, die Uni, dat nervt mich nicht. Reines Haus. Okay, jetzt will ich nichts in die Gliderwischen. Ich finde es so lustig, du Uni. Aber warum wir kämpfen, weiß ich nicht. Ja, die Uni dat. Da kommen wir am Ohr schläppen, oder? Hallo. Ah, warte, ich weiß. Oh, ein neues Sturmgewehr. Den muss ich mal fahren. Oh, cool. Sturmgewehr immer. Oh, auk. Au, 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 au. So. Oh, ein Zielobjekt. Oh, automatisch Feuerstoß. Sicher. Unterlauf. 30. Ah, geht noch nicht. Lauf. Langer Lauf. Langer Lauf. Langer Lauf. Ah. Ah, so ist es doch nie schlecht. Ja, auszut. Jo. Dezenz. Okay. Kampft jetzt Uni dat gegen die Rebellen, oder? Ja. Oh, kein Plan. Hallo. Wie ist denn da das? Wahrscheinlich drin. Ja? Nein. Ah, uh. Dann wahrscheinlich das, ja. Hm? Ja, Santa Blanca. So, bevor wir gleich weitergehen, ist das sonst was? Nö, schauts gut aus. Wir können auch zählen. Jo. Ja. Die sind auch nie gerade beschäftigt, alle beide. Oh. Oh, der Daniel Sieglanz. Oh, super. Mitten in die Stadt. So. So. Gibt's. Den kann ich auslisten. So. Erste Frage zeichnen. Jetzt. Checkpoint. Okay. Zweite Frage zeichnen jetzt. Okay. Äh, ist noch vorbossen. Hoch. Was ist hoch? Werfen wir wieder drauf, Mama. Da unten wäre ich. Ja. Der ist Nächste. Oh, das scheint nach Ferienanlage oder so ein Scheißhaus. Dann merkt's gleich, wer denn mehrere Erfahrungen befliegen hat. Ja. Irgendwie schon. Boah, ich hab uns... Ich hab uns ans Zeit gebracht. Das ist auch was wir. Äh. Wie. 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 Einzelschuss oder? Äh. Sowohl als auch kann ich machen. Ich hab Einzelschuss nur drin. Du stellst uns das gleich nochmal um. Kann so machen, aber ich kann, äh... Vollautomatisch oder Feuerstoß? Vollautomatisch und Halt machen. Beides drin. Du hast keinen Feuerstoß drin, oder? Nein. Den hab ich nicht drin. Ich hab einen Feuerstoß drin. Na so, dann fangen wir mit dem Auto weiter. Geh ich gleich rauf, hier. Heili. Wie ist der Stand so rechnen? Ja, schaut. Durch? Ja. Durchbrettern, oder? Ich weiß es nicht. Wir brauchen eh nur den Bonus-Orden. Da müssen wir sicher spart einmal durch für ein Ding. Ja. Hundertprozentig. Wow. Ich sehe ein verfick großes Haus. Willkommen im G-Beauty-Queen. Na dann, sagen wir hallo. Das ist da drin. Momentan Media ist momentan in Peru. Geschäftsreise. Umsehen kann ich schreiben. Halt da. Und da ist einfach. Oben. Oder? G-Beauty. Ach du Scheiße, was ist das? G-Beauty. 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 da geht es auf hier ah, ist er doch bloß ein Kniezleger da ist einer mit Maschinenpistolen so, wir haben 16 durch ich dachte, du kannst die höchste schießen, so eh fisch ah, wir waren das Kind oder was Tango ist tot Flugzeugschild yeah Flugzeugschild geil was hast du gesagt, der Kniezleger ist an oder? ja, da hinten passt da wo nur weniger los ist oder wie? komm schon schnapp schnapp die den hat Ah Gott, ja. Äh... Dokument, jawohl. Alter! Der Hund nervt. Oh, der Süd war groß. Wow, 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 wow. Okay. Fucking Ehrgarten, Alter. Darüben war Lambo. Danke. Der ist nochmal ein Lambo. Da ist es. Ja, ja. Da geht's doch. Na, oben ist ein Ding. Also... Ne, da lassen wir das vorgezeichnen aus. Der von den nächsten Zeichen fach grad aus. Oder... Der von hier. Ja, da könnte es nicht sein. Aber hinten ist auch ein Fragezeichen. Das haben wir auch nicht gemacht. Ja, das ist ein Fragezeichen, das wir nicht gemacht haben. Ja, aber wenn es kein gleich erfüllt, dann sehen wir es eh. Ja. So. Jo. Ja, dann. Hopp, geht's. Ich hab mich nie beschwert. Wow. Ja. Ich hab mich nie beschwert. Wow. Ja. 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 Ging ja schnell hier. Bomb. So. Was haben wir denn? Das wollte ich nicht. Ah, Maschinenpistolenmündung. Kompressator. Ja, dann. Hi. So. Hat bei den Rebellen ein Fahrzeug bestellt. Nein, 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 nein. Ups. Da ist er. Passt. Da geht's als nächstes hin. Achso, los. Dann helde ich gut. Ah, okay. Schüchtern sie einen Sicario ein. Wird lustig. Ah, ja. Ja, Carina. Oh, wir sehen noch einen Kilometer da oben. Bitte? Ah, nix. Ich rede nur laut. Aber falls wir unsere Skis sehen, der Teil noch wirklich für den Soilteam oder nein. Dann bringen wir uns die noch von anders. Ohne sie wieder unten. Bei. Nein. Ja. Ich glaube nicht, dass du nicht aufregt bist. Ich finde das irgendwie lustig. Ich hätte so gelacht, dass du jetzt gestorben warst. Ja, ja. Ähm. Oh. Ich muss auf der anderen Seite stehen. Ich muss auf der anderen Seite stehen. Ich muss auf der anderen Seite stehen. Äh. Das sind eh nur so. Ich probier mal, dass ich mich umschleifte. Das sind eh nur so mögliche Fluchtwegefärm. Ich nehme mal kurz zu sein. Ich muss auf der anderen Seite stehen. Ich nehme mal kurz zu sein. 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 Ohne. Irgendwas haben sie. Oh, ich weiß wo er ist. Weifenstapel, weifenstapel. Oh, wo ist er? Unter mir. Da drüben. Da steht er. Ding. Ok, lenken wir mal etwas auf dich. Oh mein Gott. Ein bisschen fremd, dass er schießt. Ab. Passt. Das ist gar nicht nötig. Ich mach was immer du willst. Ich will, dass du deinen Hermanos sagst, was hier passiert ist. Meinst du, die Botschaft kommt an? Ich wette, der hat sich eingepisst. Seine eigenen Leute werden ihn auslachen. Wir werden erst die Verbellen reagieren. Machieren Hauptmann. Ich mach hier einen Hauptmann. Ich mag das ganz gerne. Na dann, fahren wir. Hallo, Kumpas. Mit vereinten Kräften kommt der Erfolg. Wenn meine Leute und ich alte Männer sind. Hallo, Willkommen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Peace out. F9. F10.